Liebe Juli, was hast du mir mit diesem Film angetan, ja? Also ich schau mir grad Krieg und Frieden an, jetzt endlich. Und... Also die ersten beiden Teile fand ich ja toll, ja? Aber... Also wundere ich mich über meinen Aufzug, ich bin grad erst aufgestanden. Aber... Alter! Wie die dann mit diesen Deppen! Oh! Ciao! So eine Scheiße, wie blöd kann man denn sein? Hallo! Ich dachte echt, ich spinne, ja? Ja, aber ich hoffe ja, dass das ein typischer Hollywood-Film ist. Ja, mach mal. So. Süße Mietzies. Hallo! Das ist die Mama. Und das ist Nummer 1, Bibi. Hallo, Schatzi. Und da sind die anderen zwei. Das sind die drei großen. Gut, und jetzt kommen die drei kleinen. Da ist die Natti. Hallo, Schatzi. Ist gut, ist gut, ist gut. Und das? Sind die drei kleinen. Ich zeig euch mal eins. Das wird jetzt gleich quietschen. Oh, whoops, du hängst da. Hier. Tschüssi. Der, 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 der Film macht mich echt fertig. Wenn der kein gutes Ende hat, dann kriege ich die Krise. Ich sag's euch.